Yo, was machst du hier? Ja, ich weiß, bin grad dabei. Hallo? Alter, hier sind 10.000 Feinde, was geht ab, Alter? Alter, was geht denn? Hier noch. Heli muss weg. Sehr schön. Wow, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich seh es, ich seh es. Oh, fuck. Ich weiß nicht genau, wo, aber okay. Alter, könnt ihr mal aufhören, so ein Nervenzum sein, ihr fucking Russen. Mann. Das hat nervt. Hier, ins Gesicht. Wo sind denn unsere Kollegen? Wie lange dauert das, bis sie eigentlich so evakuieren? Kann doch nicht sein. Hallo? Na, endlich. Gott sei Dank. Bis jetzt. Oh, ne, oh, what? Ja, da kann ich nichts machen. Ist ja klar, oder? Okay, go, 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 go. Komm, Juri. Oh, fuck. Ja, ich seh. Heil, der scheiß Baum. Komm schon, lauf, lauf. Du musst laufen. Du musst so viel laufen. Oh, fuck. Super. Ganz toll. Halt dich fest. Halt dich irgendwo fest. Ne, keiner nicht. Super. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, hier rum. Hier rum. Hier rum. Hier rum. Oh, abflucht. Abflucht. So. Wie in Far Cry. Oh, Gott, oh, Gott. Halt dich irgendwo fest. Komm schon. Das muss doch klappen. Wo sind die jetzt ja oben, jungen? Oben und unten. Hä? Hallo? Da, komm. Ja, perfekt. Super. Komm. Halt dich fest. Please, bitch. Oh, Gott. Huch. Geschafft. Wir sind jetzt zwar im Arsch der Welt, aber wir haben es noch. Geschafft. Ich bin Juri, ich habe dich gerettet. Ich habe halt geholfen. Das heißt, im Krieg sei die Wahrheit immer das erste Opfer. Aber wer definiert, was wahr ist? Ich bin Juri, ich bin Juri, ich bin Juri. Das Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Und auch wie es aussieht, kann der endlich wieder fliegen auf der Eintracht. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden, der das Streichholz entzündet. FSO. Andrei Hakov. Toetht. Toethtel. Fuckin' her ist. Mr. President Mr. President Mr. President Mr. President Mr. President tot sein auch älter verdammte kacke der ist erst nachlanden scheißpistel braucht keiner Okay, ich bin bereit I'm ready to fight Pong Ich hab dich gesehen, man Yo, dich nicht Yo, dich auch nicht Ach du Scheiße Kann das Flugzeug mal hier normal fliegen? Das wär nett Alter Yo, was geht? Und Yo, was geht? Und yo, was geht? Was? So Wie Semester muss auch sein Von wo eigentlich alles? Alter Kacke Das war jetzt eigentlich voll fail Aber okay, ich hätt eigentlich durchschießen Was? Ich hab die Präsidentin, äh, die Tochter gekillt Nee, da auch nicht Oder? Lebst du? Gott sei Dank, ich dacht schon Das war klar Ah, da ist doch ein bisschen drin Super Alter Verdammt Was soll ich machen? Was soll ich machen? Hallo? Fuck Fuck, 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 fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Ich, ich dreck Sorry Ich Scheiß die Wand an Ja, jetzt geht's Ja, jetzt geht's aber echt los Ja, jetzt geht's aber echt Verpisst euch, ihr blöge Fotzenknechte Ja, ja, danke Oh, shit Oh, shit Ich komm nicht weiter Oh, fuck Oh, fuck, 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 fuck Oh, fuck Nein Nein Oh, fucking gut Ich Oh mein fucking Gott, oh man. Alter, fucking Flugzeug ist aufgestützt, super. Läuft. Nicht. Alter, mir ist schwindlig, was geht ab? Oh Gott. Ah, das war zugegen, du, ich dachte, mein Kumpel, also er ist hier draufgegangen, er ist ausgeflogen, oder warst du das und hast es überlebt? Das wäre natürlich, wow. Aber dann ist es, glaube ich, nicht. Ja, dann mach, komm. Ich bin wieder bereit. Okay. Das sind irgendwie keine Feinde, das macht mir Angst. Wow. Mann, Alter. Okay, aber die Evakuierung ist das. Das ist ein Feinde, ne. Was machst du? Kollege. Komm mit. Ich hab schon alles hier gesichert, okay, ich weiß nicht, zum Sichern. Oh, da geht's wieder ab, na, super. Ja, komm. Hier, fress die Granaten, wo auch immer ich die jetzt her hab, aber gut. Alter, Alter, schlechte Idee, schlechte Idee. Die beschissenste ever. Oh, Alter, willst du mich verkroren? Hä? Wo? Wo? Wo war hier bitte eine explosive Farce? Mann, ich hab' ich hab' keins gesehen. Wollt ihr mich nass, oder? Der lebt noch. Das ist nicht euer Ernst. Mach' nicht ab, das ist meine Deckung, jetzt. Der lebt ein Wichser. Ah, hier, ah, okay, passt. Hä? Wie kann der noch leben? Vom wo denn überall? Sag mal. Sind sie alle bescheuert, oder was? Ich, komm, ich muss mich kurz erholen, jetzt. Warte. Ist du ein Feind? Kackensrecht, wir sind ja auch nicht verlankieren hier, oder uns. Blöder Wichser. Alter, ich hab' keine Muni mehr, supi. Entschuldigung, das ist ja super fast, fuck off. Oha. 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 Die laufen alle komplett, das ist so scheiße. Könnt' ich mir nicht mal... Hier ruhig sitzen bleiben, wo ist der fucking MG Schütze? Okay, ich hab' ihn. Oh Mann. Gib mir Deckung! Scheiße. Gib mir Deckung, okay. Komm, schau. Jetzt ist schon wieder so ein fucking MG Schütze hier oben, willst du mich verkohlen, oder was? Alter, okay, ich hab's. Gott sei Dank. Hilfe. Granate! Mach' einen Abflug. Oh fuck. Nicht gut. Shit. Komm schon. Komm schon. Scheiße, beim letzten Mal muss ich nachladen. Nicht dein Ernst jetzt. Was hält denn der aus? Oh. Ja, ich se... Hä? Für die ist gestorben. Ja, ich hab' Feuer eingestellt. Der Präsident! Wo? Ah, hier. Sie sind sicher, ich hab' keine Sorge. Yamaha, so. Makarov. Oder Makarov. Supi! Tod. Geiles Ding. Er ist auch tot. Der Präsident ist mitgenommen. Okay, jetzt ist er komplett tot. Geiles Ding. Er ist auch tot. Der Präsident ist mitgenommen. Okay, jetzt ist er komplett tot. Geiles Ding. Er ist auch tot. Na, supi. Ich wollte die Waffe nehmen und... Ey, der muss die Waffe nehmen? Warm ins Gesicht. Geiles Ding. Task Force 141. Juri. Der russische Präsident ist nie zum Friedensgeld für den Hamburg eingetroffen. Wo er sich befindet ist, gibt es seit nicht bekannt. Sieht aus, als hätte Makarov seine nächste Karte gespielt. Wenn er wieder da ist, dann sollen es auch alle wissen. Wo fangen wir mit der Jagd an? Afrika. Makarov lässt über eine paramiliterische Gruppe Lieferungen nach Sierra Leone bringen. Von dort gehen sie nach Marokko und weiter nach Spanien. Er geht nach Norden. Genau vor dem Tür ihrer Majestät. Wo was besteht die Waffe? Ich weiß es nicht. Aber für ihn ist sie wichtig. Dann will ich sie. Wir können über den Fluss leer ankommen. In dem Lager ist eine Fabrik, wo sie geliefert wurden, verstauen. Aber die Miliz im Hochland schlachtet seit Monaten alle. Das ist eine bestimmte Wahl. Man kann auch für nichts ungesichert verschicken, weil es sich wirklich an dem Zweck liegt. Und die Chancen spielen die, dass der Rastert alles selbst verbraucht hat. Wenn er wieder auftaucht hat, dann tun wir es auch. Milizieren die Kannst du dir und würd da dasğini